Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video der Firebase-Tutorial-Serie. Heute geht es darum, das Projekt lokal aufzusetzen und zu initialisieren. Also los geht's. Wir haben hier unsere Firebase-Demo, unsere Konsole von Firebase, und benötigen jetzt ein paar Dinge, um auch lokal loszulegen. Zuallererst als Notiz, ich habe hier alles auf GitHub, SourceFrog, Firebase-Demo. Sämtlicher Code, den wir hier entwickeln, wird hier gepusht werden, und ihr könnt hier auch mit Text, das versuche ich dann wie in der CI-CD-Serie, jedes Video einzeln downloaden und somit immer den perfekten Stand haben, auch bei euch. Als nächstes brauchen wir Vue als CLI-Tool, denn wir wollen das Ganze mit Vue entwickeln. Vue ist ein Frontend-Framewerk und bietet sich eben an, um mit Firebase zu arbeiten. Das Ganze erkläre ich jetzt nicht weiter. Vue ist nochmal ein eigenes Thema. Da gibt es sicherlich schon hunderte Videos darüber, und ihr könnt euch da ganz einfach auch informieren. Als letztes brauchen wir aber noch die Firebase-CLI. Und diese Firebase-CLI ist einfach nützlich, um Projekte zu bearbeiten, Projekte anzuschauen, Projekte zu wechseln und zu deployen, alles von der Konsole aus. Es ist sehr nützlich, wenn ihr dieses auch installiert habt. Also, ich bin jetzt hier in meinem Ordner auf dem Terminal und werde zuallererst das Projekt klonen. Das Ganze geht natürlich mit git-clone. Und dann bekomme ich hier, ich mache mein Handy aus, Entschuldigung, einen neuen Ordner namens Firebase-Demo. In diesen Ordner gehe ich jetzt rein und sehe auch gleich, dass wir in einem Git-Repository sind. Hier in diesem Repository sind jetzt bisher nur zwei Dateien, wie man auch hier sieht. Einmal die MIT-License, das heißt, jeder kann es auch weiter bearbeiten und beliebig kopieren. Und eben diese README mit diesen zwei Sätzen. Als nächstes brauchen wir aber das CLI von Vue, wie schon angemerkt. Und das installieren wir mit "-g", was so viel heißt wie global. Das heißt, wir installieren es direkt auf unserem Rechner, damit es auch zukünftig verfügbar ist und nicht nur eben für dieses eine Projekt. npm install-g at view slash CLI sollte dann die neueste Version installieren. Das Ganze kann ein bisschen dauern, müsste jetzt allerdings bei mir relativ schnell durchlaufen, weil ich es schon installiert habe. Und am Ende sollte eben Vue dann installiert sein als CLI. Damit kann man dann auch neue Vue-Projekte anlegen. Man kann auch, ich glaube, es gibt auch so etwas wie eine Vue UI-Lokal. Da gibt es auf jeden Fall viele Dinge. Ja, leider gibt es hier schon 13 Vulnerabilities. Kann man leider nichts gegen machen. Oder man schaut jede Dependency von Vue an und upgradet die dementsprechend. Deswegen, ich hoffe, Vue fixt diese Dependencies und wird in Zukunft dann wieder ohne Vulnerabilities auskommen. So, nachdem wir jetzt Vue installiert haben, brauchen wir noch Firebase, die Firebase-Tools. Das Ganze mit curl. Kurz zur Erklärung, curl ist einfach wie ein Browser-Get-Request zu dieser URL. Und hier wird letztendlich ein Skript ausgeführt mit der Pipe und dem Bash. Das kopiere ich und dann muss man das einmal kurz installieren mit sudo-Rechten. Man sieht jetzt auch wieder, es wird geschaut nach existierenden Firebase-Tools und wie man jetzt hier sieht, bei mir ist es jetzt schon installiert. Jetzt sind wir eigentlich auch startklar und können mit Vue ein neues Projekt anlegen. Dazu navigiere ich hier einfach auf Creating a Project und sage jetzt hier in dem Ordner, in dem wir auch die Lizenz und die README haben, Vue create Firebase-Demo. So, jetzt kann man hier aussuchen, welches Template man will. Ich habe hier so ein App-Template, das hat eben schon zum Beispiel Node.sass und den Router und Vue.x installiert. Ist eigentlich ziemlich derived, abgeleitet von dem Default-Projekt. Man kann auch Vue 3 nehmen, allerdings hier aufpassen, Vue 2 und Vue 3 nicht kompatibel. Es gibt auch sehr viele Packages, die es noch nicht für Vue 3 gibt, deswegen werde ich jetzt für diese Tutorial-Reihe auf jeden Fall Vue 2 nehmen. Mit einem Klick auf Enter wird das Ganze dann auch initialisiert. Und ja, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Könnte jetzt ein bisschen dauern, ich spule einfach mal kurz vor. So, jetzt ist auch das Projekt erstellt worden und wir sehen jetzt in dem Firebase-Demo-Ordner einen weiteren Ordner, der auch wieder Firebase-Demo heißt. Das Ganze können wir später noch fixen und das Ganze in den Root-Folder eben reinpacken, des Repositories. Man sieht jetzt hier, wenn man in den Firebase-Demo-Ordner rein geht, auch wieder die ganzen Files, die jetzt erstellt wurden. Und im Endeffekt hat man jetzt ein fertiges, startklares View-Projekt. Das Ganze kann man, ich habe jetzt den Shortcut-Code-Punkt, damit wird einfach VS Code ausgeführt. Also, ihr könnt einfach Visual Studio Code aufrufen und den Ordner aufmachen. Das geht genauso. Und man bekommt jetzt hier eben die Ansicht in VS Code. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer hier. Und hat jetzt verschiedene Ordner. Wichtig ist mal zu wissen, Source ist einfach die Entwicklungskomponenten. Public ist dann das, ja, sozusagen kompilierte, das Endprodukt, was dann deployed werden kann. Wir beschäftigen uns jetzt aber nicht, erstmal nicht mit den ganzen Files, sondern wir drücken Ctrl, Shift und dieses Hochkomma, dieses Einzelne. Damit geht das Terminal auf, Info als Code, und es ist wesentlich komfortabler, hier drin zu arbeiten. So, nachdem wir jetzt das View-Projekt initialisiert haben, müssen wir noch das Firebase-Projekt initialisieren. Und das geht mit, wenn mich nicht alles täuscht, mit Firebase-Init. Dazu aber wichtig, das habe ich vorher festgestellt beim Testen, erstmal in die Projektübersicht in der UI, in dem Portal von Firebase. Und da wir direkt eine Firestore-Database erstellen wollen im Projekt und initialisieren müssen, müssen wir sie hier erst erstellen. Das heißt, wir gehen hier in der Projektübersicht auf Firestore-Database und klicken auf Datenbank erstellen. Ich starte jetzt im Produktionsmodus, das heißt, man hat hier zwei verschiedene Optionen, die man auswählen kann. Einmal heißt es hier einfach, niemand darf lesen und niemand darf schreiben. Es wird generell alles abgelehnt, was zu empfehlen ist in der Produktion. Und im Testmodus steht hier einfach, es ist alles erlaubt bis 28.07. um einfach testen zu können. Ich werde im Produktionsmodus starten, aber das Ganze dann umändern später. Deswegen, ihr könnt gerne im Testmodus starten, dann habt ihr auf jeden Fall Zugriff auf alles und habt keine Fehler wegen den Security Rules. Genereller Disclaimer aber, unbedingt aufpassen, dass da keine Fehler passieren. So, in diesem Sinne werde ich jetzt den Speicherort noch festlegen. Europa 3 ist, glaube ich, Frankfurt und Europe West, das passt dann. Ich will es auch gar nicht woanders haben, deswegen werde ich es jetzt aktivieren. Auch ein Learning Cloud Firestore-Datenbanken können nicht mehr gelöscht werden, wenn sie einmal erstellt worden sind. Deswegen hier auch aufpassen, gerade wenn ihr irgendwie einen Service in der EU bereitstellen wollt, ist es oftmals sinnvoller, auch die Server in der EU zu haben, je nachdem, wie sensibel die Daten eben sind und vor allem, wie sensibel die Kunden auch sind. So, mit dem Firestore werden auch Regeln dann deployed. Das heißt, man hat jetzt hier die Übersicht von Cloud Firestore. Das ist im Endeffekt eine Webansicht der Datenbank. Man hat hier keine Tabellen, da es ja eine NoSQL-Datenbank ist, sondern man hat Sammlungen. Also Sammlungen sind analog zu Tabellen und Dokumente sind dann analog da zu Tabelleneinträge zum Beispiel. Auf den Regeln sieht man jetzt hier, dass alles, beziehungsweise dass alles verboten ist, dass nichts erlaubt ist. Das heißt, niemand kann hier aus dieser Datenbank momentan lesen. Mit Indexes kann man auch über die gesammelten Daten iterieren und einen Index erstellen brauchen wir aber momentan noch nicht. Auf Nutzung sieht man einfach nochmal, wie häufig hat man gelesen, wie häufig hat man geschrieben und kann hier nochmal anschauen, wie viel es gekostet hat im Endeffekt. Auch ein Disclaimer hier, es kostet absolut nichts. Alles, was ich jetzt hier mache, ist absolut kostenlos. Ihr könnt das alles ausprobieren und müsst keinen Cent bezahlen, solange ihr in diesem Kontingent des kostenlosen Plans bleibt. So, wir haben jetzt die Cloud Firestore Datenbank initialisiert und können diese jetzt auch referenzieren in der Konsole. Deshalb gehen wir jetzt weiter und schreiben Firebase Init, glaube ich. Das müsste dazu führen, dass jetzt ein Projekt erstellt wird von Firebase. Und wir können hier jetzt auch auswählen, welche Komponenten wir denn in diesem Projekt direkt ab Start haben wollen. Keine Angst, das kann man auch später alles noch hinzufügen. Das ist einfach nur, ja, die Firebase CLI nimmt einem hier Arbeit ab und schreibt zum Beispiel die Files schon mal zusammen. Und wir wollen jetzt einfach schon mal die Firestore Security Rules lokal haben. Und, genau, Storage brauchen wir erstmal nicht. Deswegen überspringe ich das Ganze. Und hier auch wichtig, mit Leerzeichen kann man das anwählen und abwählen. Mit Enter geht es dann weiter. Wir wollen auch ein Existing Project benutzen, denn wir haben sie auch schon erstellt. Die FireDemo-1338, auch kurz am Rande. Ich musste 1337 leider löschen, weil ich die Datenbank schon erstellt habe. Konnte sie nicht mehr löschen und wollte es einfach noch mal von Anfang an zeigen, dass auch wirklich jeder Schritt exakt beschrieben wird. Also, wir wählen hier unser Demo-Projekt aus und jetzt sollte Firestore das Setup vollziehen. Die Firestore.rules-Datei ist dann letztendlich die Datei, die man hier sieht unter Regeln. Und hier kann man eben beschreiben, ist so ein bisschen wie eine Firewall. Man kann beschreiben auf Dokumentenebene sogar, wie die Regeln sein sollen. Es passt für uns vollkommen, wenn die Firestore.rules heißt. Deswegen einfach ein Enter. Dann die Indexes können wir auch so lassen. Und wir sehen, Firebase Initialization Complete. Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt ein View-Projekt mit Firebase aufgesetzt und können uns vielleicht mal die Firebase-spezifischen Files anschauen. Es gibt hier diese .firebase.rc und hier steht einfach drin, welches Projekt die Firebase-CLI nehmen soll, wenn man hier drin ist in dem Pfad. Das heißt, wenn man jetzt hier Firebase irgendein Kommando ausführt, dann sucht das CLI-Tool direkt nach diesem Punkt Firebase.rc und sieht, okay, per Default nehme ich das Projekt FireDemo. In der Firebase-JSON hat man nochmal zusätzliche Settings. Man kann hier einstellen, wie die Firestore-Rules heißen sollen, wie die Indexes heißen sollen. Später auch für das Hosting wichtig und interessant. Also hier sind so die Einstellungen von Firebase. Hier sieht man dann einfach die Indexes und die Rules nochmal. Hier ist alles False und das ändern wir dann später aber direkt hier online auf True, um dann eben testen zu können. So, jetzt haben wir auch, wie gesagt, Firebase installiert und sind eigentlich soweit ready, damit wir anfangen können zu programmieren. Das Ganze sehen wir dann einfach im nächsten Video und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonnieren, Glocke aktivieren, habe ich gelernt und in diesem Sinne, bis dann, ciao!